Insta und TikTok. Wisch und weg, aber der Einfluss bleibt. Instagram und TikTok. In jedem Marketinghandbuch findet sich heutzutage immer ein ganz besonders wichtiger Ratschlag. Online-Präsenz. Ich bezweifle, dass es Handbücher für das Leben von Jugendlichen gibt. Aber was in einem stehen würde, ist klar. Social-Media-Präsenz. Junge Leute, die heute nicht auf Insta oder TikTok sind, sind inzwischen eine große Seltenheit. Nur bei jedem использовании Sozieté, которая gehört zu takim безопасnym, многие забывают важный Aspekt. Sozieté влияют на нас. Und dieser Einfluss zeichnet sich vor allem durch eines aus. Unbeständigkeit. Niepustajanstwo. In современном мире тренды появляются, попадаются нам на глаза и пропадают. Любой может делиться своими идеями, далеко пойти, стать известным, на короткое время. И поэтому мы заключаем это непостоянство. Но многие забывают, что именно это непостоянство, маленьких постов, коротких видео, лайков, von Reposts und Shares, diese Unbeständigkeit, ist weit größer als irgendein Trend, den sie beeinflusst. Denn sie wirkt auf unserer Sicht der Welt. Das glaubt ihr nicht? Dann schaut euch doch einmal an, wie die Politik auf Social Media dasteht. Damit meine ich nicht nur Politiker und Parteien, sondern auch die Reaktion auf sie. Die Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Und hier ist es wichtig zu wissen, wie beeinflusst das Volk ist. Der Content ist wisch und weg, aber der Einfluss bleibt. Einzelnen E-Center E-S. Wofür hat 4 ключевых вопроса современных соцсетей. 1. 6. 7. 9. 10. 11. 10. 11. 12. 13. 7. 11. 22. 24. 21. 25. 25. 24. 24. dazu kommt dass auch politiker social media verwenden und das zumeist sehr geschickt so dass sie junge menschen ansprechen ob sie dabei immer die wahrheit sagen sei dahingestellt aber eins ist klar wir sind die wähler der zukunft weshalb die politik daran interessiert ist uns zu mobilisieren uns zu interessieren der einfluss von social media zeigt sich auch auf gesellschaftlicher ebene dafür muss man nur in die usa schauen wo der sturm auf das kapitol über social media organisiert wurde und die polarisierung der gesellschaft so klar sichtbar wurde ok это была tüge переходим к практическому вопросу что можно и нужно делать и кому надо действовать политикам что ли тем политикам которые тоже используют соцсети в своих политических целях и что нам можно сделать конечно нельзя забывать что соцсети могут и положительно влиять на нас делится же можно не только неправильные информации но и постами которые вдохновляют посты inspirieren die bilden auch die lassen sich teilen und hier kommt das tiefere problem es ist technisch sehr schwierig es zu erreichen dass bestimmte post aufgehalten werden während alle post die ok sind auch garantiert durch die content filter hindurch kommen außerdem wird im zusammenhang mit dieser frage immer wieder das geschreckt gespenst von einer einschränkung der meinungsfreiheit und zensur an die wand gemacht а еще очень трудно влиять на то что ставят в соцсети потому что базовое право демократии это свобода мнения о вопросе что является мнением и что нет можно долго спорить и как можно быть уверенным что системы созданные для борьбы с радикальными взглядами и неправильной информацией не будут бороться тоже с постами имеющими положительное влияние то что это важный вопрос а не какая это мелочь это я уже объяснила wessen aufgabe ist es jetzt eigentlich sich mit diesem problem zu befassen die social media platform werden ja wohl kaum handeln wenn man sie nicht dazu zwingt mit man ist hier die politik gemeint ja genau die politik die einerseits social media verwendet um ihr image zu verbessern und deren image andererseits von social media beeinflusst wird ну ну что ж придется подумать как мы используем соцсети и как они влияют на наше политическое сознание откройте ваш instagram прямо сейчас посмотрите и подумайте кто хочет влиять на вас и почему в конце концов или нам нужны помогать вам Was würde also in einem Handbuch für das Leben eines Jugendlichen stehen? Ich kann es euch sagen. Wir nutzen Social Media gerne, um uns zu erholen und unser Hirn auszuschalten. Aber bei einigen Posts sage ich euch eins. Schaltet es ein. Denkt nach. Die einen nutzen Social Media für den Kampf für das Gute. Aber im Internet gibt es nicht nur Gut und Böse, sondern auch eine sehr weite Grauzone dazwischen. Wenn ihr auf politischen Content trefft, denkt nach. Wer will euch beeinflussen? Und vor allem, warum? Greta Heider